Am ersten Tage nach dem Sabbat aber ging sie beim Morgengrauen zum Grabe mit den wohlriechenden Stoffen, die sie besorgt hatten. Da fanden sie den Stein vom Grabe weggewälzt, und als sie hineintraten, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Während sie hierüber noch ratlos waren, standen plötzlich zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen, und als sie in Furcht gerieten und den Blick zu Boden senkten, sagten diese zu ihnen, Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, sondern ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war und sagte, Der Menschensohn müsse in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich seiner Worte, kehrten vom Grabe zurück und berichteten dies alles den Elfjüngern und allen übrigen. Es waren dies aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen mit ihnen, die den Aposteln dies berichteten. Doch diese Mitteilungen erschienen ihnen als leeres Geschwätz, und sie schenken ihnen kein Glauben. Petrus aber machte sich auf und lief zum Grabe, bückte sich und sah nur die Leintücher da liegen. Dann kehrte er nach Hause zurück, voll Verwunderung über das Geschehene. Und siehe, zwei von ihnen waren an demselben Tage auf der Wanderung nach einem Dorf, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt war und Emmaus hieß. Sie unterhielten sich miteinander über alle diese Begebenheiten. Während sie sich so unterhielten und sich gegeneinander aussprachen, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen auf der Wanderung an. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie nun, Was sind das für Reden, die ihr auf euren Wanderungen miteinander führt? Da blieben sie betrübten Angesicht stehen. Der eine aber von ihnen, namens Kleopas, erwiderte ihm, Du bist wohl der einzige Fremde in Jerusalem, der nichts von dem erfahren hat, was sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. Er fragte sie, Was denn? Sie antworteten ihm, Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Ihn haben unsere Hohenpriester und der Hohe Rat zur Verurteilung zum Tode ausgeliefert und kreuzigen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Aber nun ist außer all dem heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dazu haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Bestürzung versetzt. Sie sind heute in der Frühe am Grabe gewesen und haben, als sie sein Leichnam nicht fanden, bei ihrer Rückkehr erzählt, sie hätten auch noch eine Erscheinung von Engeln gehabt und diese hätten gesagt, dass er lebe. Da sind einige der unseren zum Grabe hingegangen und haben es so gefunden, wie die Frauen berichtet hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Da sagte er zu ihnen, Oh, ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz so stumpf, an alles das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias dies nicht leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Darauf fing er bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf ihn bezogen. So näherten sie sich dem Dorfe, wohin die Wanderung ging und er tat so, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn mit den Worten, Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. So trat er denn ein, um bei ihnen zu bleiben. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis Gottes, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch er verschwand vor ihnen. Da sagten sie zueinander, Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erschloss? Und sie machten sich noch in derselben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden dort die Ölf nebst ihren Genossen versammelt. Diese teilten ihnen mit, Der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sich unterwegs zugetragen hatte und wie der Herr von ihnen am Brechen des Brotes erkannt worden sei. Während sie hierüber noch sprachen, stand Jesus selbst mitten unter ihnen mit den Worten, Friede sei mit euch! Da gerieten sie in Angst und Furcht und wehnten, einen Geist zu sehen. Doch er sagte zu ihnen, Warum seid ihr so bestürzt und weshalb steigen Zweifel in euren Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße an, dass ich es leibhaftig bin. Fühlt mich an und betrachtet mich. Ein Geist hat ja kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr solche an mir wahrnehmt. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie aber vor Freude immer noch ungläubig und voll Verwunderung waren, fragte er sie, Habt ihr hier etwas zu essen? Da reichten sie ihm ein Stück von einem gebratenen Fisch. Das nahm er und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, Dies sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Hierauf öffnete er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, So steht es geschrieben, Der Messias muss leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und auf seinen Namen muss Buße und Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen hierfür und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet seid. Dann führte er sie aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Und sie fielen vor ihm nieder und kehrten dann hocherfreut nach Jerusalem zurück, waren dort beständig im Tempel und priesen Gott. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind. Alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinnen getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium, Kapitel 28, Vers 15 bis 68, beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit. Sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus, Kapitel 11, Vers 5, beschrieben. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den Arm wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf Fibelzeit.de und reiche es an deinen Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite Fibelzeit.de Einfach auf den Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Missstände verschwinden nicht, wenn du wegschaust und weghörst, indem du dich narkotisierst. Glaube nicht den Abbildern des Bildschirmes. Sie bewirken, dass du auf Abwege gerätst, damit sich das Übel ungehindert ausbreiten kann. Durch den Bildschirm wirst du betäubt, damit du das Unheil zulässt. Merkst du nicht, dass du bereits in Flammen stehst? Willst du nicht erkennen, dass alles um dich herum zu Asche herunterbrennt? Kannst du nicht zwischen gesund und ungesund, richtig und falsch oder gut und böse unterscheiden?